Habt ihr gewusst, dass man Hefe ganz einfach und gesund selber machen kann? Ich habe hier 0,5 bis 1 Liter Leitungswasser. Wenn ihr kein Chlorfreies habt, nehmt einfach stilles Mineralwasser. Das Gefäß, das ich benutze, ist natürlich heiß ausgespült worden und konnte dann in Ruhe abkühlen. Und dazu gebe ich jetzt einen Teelöffel Zuckerrübensirup und verrühre es. Ihr könnt hier auch Honig, anderen Sirup oder auch Zucker verwenden. Nun folgt das sogenannte Anstellgut. Und da könnt ihr euren Vorlieben und Geschmack freien Lauf lassen. Ich habe hier frische Tomaten. 1 bis 2 Esslöffel reichen eigentlich aus, ihr könnt aber wie ich hier auch 3 oder 4 nehmen. Viele kennen Hefewasser mit Rosinen und Datteln. Bei getrockneten Früchten müsst ihr lediglich aufpassen, dass sie ungeschwefelt und ungeölt sind. Früchte generell klappen aufgrund des Zuckergehalts wirklich sehr gut. Frisches Obst geht dabei natürlich auch. Achtet darauf, wenn ihr euer Anstellgut frisch gewaschen habt, dass es vorher genügend Zeit hatte, an der Luft zu trocknen. Damit sich die Hefekulturen, die ihr abgewaschen habt, auch wieder draufsetzen können. Das Ganze decke ich nur leicht ab und lasse es dann bei Zimmertemperatur stehen. Ich habe dieses Video morgens gedreht und abends sah es so aus. Übrigens bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, denn es gibt hier einiges in diesem Video, dass ihr wissen müsst und ich verrate euch noch einige Geheimtipps. Bei meinem Hefewasser haben sich einige wenige Bläschen entwickelt. Das kann je nach Anstellgut mal mehr oder weniger sein. Ich schüttelte den Inhalt jetzt gut durch und ihr könnt hier auch einen Kochlöffel dazu verwenden. Danach decke ich es wieder ab und lasse es weiter bei Zimmertemperatur bis zum nächsten Morgen stehen. Übrigens, unten unter diesem Video findet ihr sogenannte Timestamps, also Kapitel, mit denen ihr immer mal wieder hier in diesem Video springen könnt. Außerdem findet ihr unten auch nochmal eine ausführliche Anleitung beschrieben, so dass ihr jetzt das Video in Ruhe genießen könnt und nichts aufschreiben müsst. Hier haben wir den zweiten Tag morgens. Es ist in meiner Küche noch ganz dunkel. Bei mir schwimmen die Tomaten noch unten. Es kann aber auch sein, dass Teile eures Anstellgutes oder alles hier von oben schwimmen. Das kann und darf alles sein und ihr braucht euch hier keine Sorgen oder Gedanken machen. Ich verrühre alles wieder ordentlich und decke es dann ab und lasse es dann einfach wieder stehen. Ich backe ja schon seit vielen Jahren ausschließlich mit der selbst hergestellten Hefe. Und daher möchte ich euch hier auf meinem Kanal Emma Backt alles darüber mitteilen, damit ihr es auch nutzen könnt. Wenn ihr mehr davon wollt, dann abonniert meinen Kanal gerne kostenlos. Und hier jetzt noch einmal die nähere Ansicht. Je nachdem, was ihr als Anstellgut benutzt, kann es auch immer passieren, dass es sich ein wenig auflöst. Auch das ist vollkommen normal und gehört bei der Herstellung der eigenen Hefe dazu. Die Farbe des Wassers ändert sich auch ein wenig und nimmt die eurer Früchte oder eures Gemüses an. Da kann man wirklich auch toll mit experimentieren. So, jetzt ist es abends und bei mir schwimmen die Tomaten jetzt alle oben. Es haben sich ein wenig mehr Bläschen gebildet und wenn ihr später dann auch bei euch genau hinschaut, könnt ihr auch Teile des Anstellgutes erkennen, die auch beim Stillstand einfach durch das Hefewasser schweben. Ich rühre das Ganze jetzt um und das verhindert, dass sich ungewünschte Mikroorganismen wie zum Beispiel Schimmel in unserem Hefewasser breit machen. Deckel drauf und das Ganze darf dann wieder ruhen. Übrigens, wenn ihr daran riecht, könnt ihr vielleicht schon einen leicht alkoholischen Geruch bemerken. Und klar, wenn ich es durchgemischt habe, sind ein paar mehr Bläschen da. Je zuckerhaltiger die Früchte, umso stärker ist meistens auch die Schaumentwicklung. Das hat aber keine Aussagekraft, wie stark euer Hefewasser ist. Und sieht das nicht toll aus? Hat ein wenig was von einer Lavalampe ohne Strom. Bei der Herstellung der eigenen Hefe gibt es übrigens einen Kreislauf. Der ist ähnlich wie bei einem Sauerteig und es sind im Prinzip immer vier Schritte. Erstens das Herstellen, zweitens das Lagern, drittens das Backen und viertens das Auffrischen. Und hier könnt ihr erkennen, dass sich unten ein Satz bildet. Das sind die Hefekulturen und Teile eures Anstellgutes. Das ist sehr wichtig und daher solltet ihr vor dem Backen eurer Hefewasser immer gut durchschütteln, damit sich auch wirklich alles gut verteilt. Die Hefe ist üblicherweise dann fertig, wenn sie fruchtig, alkoholisch, nach Most, zider und federweißer riecht. Wenn es modrig riecht oder nach faulen Eiern, dann hat da irgendwas nicht geklappt, vielleicht das Gefäß nicht heiß genug ausgespült und ihr müsst noch einmal neu anfangen. Ich hatte das bisher zum Glück noch nie und hoffe natürlich, dass das bei euch auch nicht passieren wird. Mein Hefewasser ist jetzt fertig und ich habe es mit dem Anstellgut in den Kühlschrank gestellt. Dort ist es wochenlang ohne erneutes Füttern mit Zucker haltbar. Ihr müsst es auch nicht zwischendurch schütteln. Früher habe ich es immer ohne Anstellgut hineingegeben, also vorher dann abgesiebt. Aber das ist gar nicht notwendig. Achtet darauf, wenn ihr fest verschlossene Behälter wie Milchflaschen habt, dass ihr immer mal den Deckel abnimmt oder den besser nur lose drauflegt, damit sich die Kohlensäure auch damit die entweichen kann. Weil bei meinem Behälter ist es jetzt zum Beispiel so, da ist die Schaumbildung nicht so stark, weil da immer automatisch das Gas entweichen kann. Habt ihr fest verschlossene Behälter, dann kann es sein, dass die euch sonst irgendwann um die Ohren fliegen. Das habe ich jetzt bei mir nicht. Deswegen verlinke ich euch auch noch mal unten meines auch noch mal. Also mein Hefewasser kommt jetzt aus dem Kühlschrank und dort sollte es auch immer gelagert werden, wenn ihr es nicht benutzt. Tut ihr das nicht, dann entwickelt sich irgendwann Essig daraus. Wie ihr das kontrolliert selber machen könnt, habe ich euch schon mal gezeigt und ihr findet das Video oben rechts unter dem i. So, aber wie backe ich nun mit dem Hefewasser? Das ist ganz einfach. Zuerst einmal rührt ihr das Ganze um. Die meisten sieben es dann, um es ohne Anstellgut zu benutzen. Ihr könnt dieses aber auch pürieren und mit in euer Gebäck hinein geben. Hier habe ich jetzt mein Rezept mit Mehl und Salz und gebe jetzt das Hefewasser hinzu. Das wird ein Pizzateig. Ich habe hier auf meinem Kanal viele leckere Rezepte für euch schon mal fertig gemacht und gezeigt und natürlich passend umgerechnet. Aber als Faustregel könnt ihr es so machen. Für ungefähr 500 Gramm Mehl nehmt ihr 100 Milliliter eures Hefewassers. Also wenn ihr zum Beispiel 500 Gramm Mehl, 300 Milliliter Wasser und einen Hefewürfel hättet, wird daraus 500 Gramm Mehl, 200 Milliliter Wasser und 100 Milliliter Hefewasser. Ihr seht, das ist wirklich sehr einfach. Manche Rezepte sind ein wenig schwieriger, aber schaut hier einfach mal bei meinen Videos. Da habe ich wirklich für jeden etwas dabei. Manche fragen mich, ob sie Hefewasser mit Datten auch für Deftiges nehmen können oder umgekehrt. Natürlich geht das. Aber wenn ich jetzt ein Knoblauch Tomaten Hefewasser habe, würde ich persönlich es nicht in einen süßen Kuchenteig geben. Denn man würde es ein wenig herausschmecken. Hierzu werde ich aber auch demnächst nochmal ein extra Video machen, dass ihr dann in der Playlist, die ich euch zum Schluss verlinke, auch nochmal finden werdet. Nun, wenn ihr dann mit dem Hefewasser gebacken habt, denkt daran, dass ihr davon 100 Milliliter für den nächsten Ansatz übrig lasst. Das heißt, damit setzen wir dann das zukünftige Hefewasser an. Das ist vom Prinzip her wie bei einem Sauerteig. Dadurch, dass wir vom vorherigen Ansatz etwas dazugeben, geht die Herstellung schneller und euer Hefewasser wird mit jedem Verlängern stärker und kräftiger. Das Rezept bleibt gleich. 0,5 bis 1 Liter Wasser, 1 Teelöffel Zucker und dann etwas Anstellgut. Dazu dann noch die 100 Milliliter des vorherigen Hefewassers und dann wieder morgens und abends umrühren. Doch statt der vier bis acht Tage seid ihr in der Regel schon innerhalb von zwei Tagen fertig. Und nun zu meinem Geheimtipp. Wenn ihr zum ersten Mal Hefewasser herstellt, gibt es Anstellgut, mit denen es wirklich gelingsicher ist. Hierzu gehören frische oder getrocknete Datteln, Äpfel, Ananas und Tomaten. Das ist wirklich das perfekte Anstellgut, wenn euer Hefewasser gelingen soll. Und hier ist ein weiteres Video, das dir hilft, dass dein Hefewasser perfekt wird. Schau es dir unbedingt an. Ich bin bald wieder zurück. Deine Emma wie ich dazuelge. Jetzt habe ich ein Befüße. Ciao. Ciao.